Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play The Crear Chronicles mit mir, mit Puck und mit den Nachwählen der Schlachtung Faust. Wie wir schon am Ende des Battles erfahren haben, wurde das Konzentrationslager der Darksons hier in Brand gesetzt. Und gucken wir doch mal, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Warum? Warum beurde ich alle? Sie haben alle in diese Gebäude gefordert, dann setzten sie auf Feuer. Oder was? Was? Sie war nur ein Kind. Was? Somebody tell me who did this! I'll tear their stinkin heads off! And what would that accomplish? Revenge? That's what? We're fighting fire with fire. An eye for an eye. Didn't enough people die today? Even if our traditions lead us to death at the hands of others, we don't respond with violence. When we die, we die for peace. That is how the Darksons live their lives. Now those lives are gone. Forever. But why? I could hate them. Maybe even kill them. But that wouldn't bring those people back. All I can really do is try to survive and help the ones who are still here. What? Rosie? Rosie. Thank you. Sure. There could be other survivors. Everybody. Help us look! Thanks in part to Squad 7's efforts, militia forces reclaimed the City of Thousand. Returning from battle, the squad's members enjoyed a brief and well-deserved respite. I was walking across base just now, and the guys from Squad 2 stopped. They said everybody felt like we got Thousand back because of us Sevens. Well, yeah. We took down that train after all. I want a medal. I wonder how Zaka and everyone are doing. I hear most of the detainees have either stayed on in Thousand or evacuated to Ranbury's. Oh. Well, I hope they're all doing well now. Oh. Mr. Zaka? Wait, that uniform. Oh, this? As of today, I'm a Ghalian militia man, the same as you. They put me in your squad, so we'll be seeing a lot of each other. Wait, just a... Can you even fight? What was all that about living the darks in way? Eh, don't sweat the details, right? And I've got experience as a tank commander. My ride's on the smaller side, but you can lead the ground unit support to me. And I thought your boss was pretty righteous. I figured I'd tag along and see for myself. What? Me? Well, we didn't get to talk much, but we've got a fresh perspective, you know? Hmm. I guess so. I don't think I'm much different than other folks, though. Welkin, you're so clueless. Anyhow, I'm excited to join the team. Ha 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 ha. Aww. And we already know about the next chapter, the Marbury Shore. Also, the Marbury-Küste. Or, ehm... If you can translate it, or in manga-anime, it's the Marbury-Küste. Where Marbury is also a word from D-Day. Marbury was, if I'm not mistaken, the... Also, there's also a nice gammish there. The operation, how you bring these swimmings to the Normandy-Küste. Not to be able to land on the Truppen, but to be able to land on the Truppen, but to be able to... To be able to... To be able to... No, no. Egal. Von diesem geschichtlichen Ausflug hinweg fangen wir erstmal an und gucken uns die nächsten Cutscenes an. Es sind drei Cutscenes und noch zwei Zusatz-Sub-Episode, wenn man so will. Und dann kommt schon ein relativ komisch geformtes Schlachtfeld bei 4 Alpha. Aber egal. Jetzt erstmal Cutscenes. 1 2 3 4 4 5 5 6 6 5 6 6 7 6 ein von ihren Kampen in Marbury, um zu verabschieden. Hm. Schauen Sie auf die Kampen. Es scheint, dass es nichts da ist, aber große Kliffe und öbliche Sand. Als Sie die Kliffe auf den Kampen, die Pläne schlöpfe, der Kampen ist auf der Oberfläche. Der Weg nach oben ist breit. Das bedeutet, dass die Infanterie hier den Weg nehmen wird. hier. Das ist gesagt, sie haben die Kliff-Side mit Gunnery um zu kombatieren Flucht-Soldier. Du sagst uns, dass sie die Böcke durch eine öffene Bühne mit nichts für die Aufmerksamkeit haben? Boss, ich bin Katte, aber ich habe hier 9 Leben. Verhörst du dich, wir sind Soldiers, Rosie. Es ist kein Problem wie eine sicherliche Mission. Gefahr oder nicht, es ist unser Job, um den Job zu machen, wie gut wir können. Du musst nicht... Ich weiß das, okay? Du bist richtig. Wenn wir nur in die Handeln kommen, dann wird man einen Hehlsturm von Bullets. Welkin, noch mehr Brilliöne Ideen für eine andere von deinen verrückten Planen? Entschuldigung, aber ich habe keine Silber-Bullets für diese. Was wir brauchen ist eine Art, um zu schreien den敦igen, während wir weitergehen. Eine Art, um sie zu schreien. Ah, das ist einfach großartig. Komm schon, bleiben wir positiv über das. Tomorrow ist der Feast von allen Spirits. Ich bin schlecht auf der Feast, oder? Ja, wir haben sicher ein bisschen Glück, nicht wahr? Nun, um es zu schreien, wird nichts zu helfen. Lass uns nur, was wir können. Wenn wir können... ...mh... ...mh... Für alle... ...die ich jetzt nichts unter diesem Feast of all Spirits vorstellen können, das ist sowas wie Weihnachten. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen doof, wenn man an Weihnachten kämpfen muss. Deswegen haben die auch eben kurz so ein bisschen rumgenörgelt. Aber... ...nach dieser kurzen Erklärung gucken wir uns nächste Katzen an mit eben jedem Namen. The Feast of all Spirits. ... 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 Es ist der Tag, dass du den Mann, den du möchtest, nicht wahr? Ja, aber nein. Der Feast von allen Spiriten ist der Tag, wo alle Spiriten in Galia ihre Liebe bezeichnen. Sie sagen, dass die Praxis der Gäste an denjenigen, die du liebst, kam von dieser Glaubnis. Die Praxis der Gäste zu geben, die du liebst, kam von dieser Glaubnis. Wenn man jetzt an Weihnachten oder einem ähnlichen Feiertag kämpfen müsste, wäre es schon ärgerlich, aber naja. Valentinstag? Egal. Egal, egal. Damals in der Zeit gaben die Leute die Präsenz zu allen wichtig, nicht nur Liebern. Bingo! Gib dem Mann einen Preis! Für einen großen Gästebeer, du kennst sicher deine Dinge. Wie großartig für dich zu sagen. Obwohl ich denke, dass ich eher ein Teddybeer bin. Largo, Rosie, kann ich einen Moment haben? Klar. Ich bin froh, dass du in der Lounge sehen kannst. Was? Willst du diese Gäste? Das ist von dem vorherigen. Diese Gäste sind Darks und Good Luck Charms. Ich wollte sie dir zu dir und Rosie. Warum für uns? Ich... Ich wollte immer deine Freundin sein, von dem ersten Tag. Ich bin froh. Wir haben vielleicht gehabt, dass wir unsere Teil der Disagreerungen haben. Aber du hast mir mehr geholfen, als ich sagen kann. Ich würde gerne benutzen den Feiertag als eine Möglichkeit, um ein bisschen näher zu werden. Ich verstehe. Ich weiß, dass ich mir viel zu denken. Ich weiß, dass ich mich sehr viel zu denken. Und ich... Ich weiß, dass ich mir auch gerne mit dir sprechen kann. Du bist so jung, du hast ein paar Perspektive. Aber noch ein bisschen bullheaded. Danke für das Glück. Und für hier raus, Isara. Largo, vielen Dank. Ich... Ich kann es nicht nehmen. Rosy, du bist hier nicht ein Kind. Du bist schon so dumm. Du schluchst es. Ich habe nur... Schau. Ich habe keine Bedürfnisse von Schmerzen, okay? Ich verstehe. Entschuldigung. Ich werde... Ja... Ich glaube, ich bin fertig. Schau, ich weiß, dass du dich entschuldigst. Du bist einfach raus und sagst es schon. Schau. Schau. Ich weiß, okay? Ich weiß, aber ich... Ich kann es nur noch nicht ändern. Ich bin nicht so großartig. Das Team scheint allgemein aber auf jeden Fall schon mal näher zusammenzuwachsen. Das gefällt mir sehr schön. Und vor allem finde ich auch die Entwicklungen, also wie das dargestellt wird, ganz nett. Gut, kommen wir jetzt noch mal zu zwei Sub-Episoden. Alicia's Gift ist die erste. Es ist einfach zu offen. Wir brauchen einen bestimmten Plan. Welkin! Was ist dir? Du bist in der Teile, Alicia. Du bist in der Teile. Du bist in der Teile. Du bist in der Teile. Das ist ein рай'm für dieses Produkt. Du bist in der Teile. Alles anders Dimens mit mir das Ich... Das ist... du hast eine Vagabonte Modell. Es sind es seine Mutzạde aus, aber gut zu liegen müssen. Das ist sehr tiếm Bulge. Auch die bugger im inicialsten Ge жив werden, aber sie müssen sie mir des Sekunden hier setzen. Es ist ziemlich hardcore, dann? Ich届 promise Leute zu diesem Jahrgeuer. Das höre darauf einen Unterschied, umzug auf den Verd VPN und schlagen. Weil sie nie bleibt in einem Ort. Sie sind schwer zu finden. Ich versuchte einen mehr als mal vorhin, aber ich habe noch nie gewonnen. Dann... du magst es? Absolut. Danke, Alicia. Aber du musst mir noch erzählen, wie du ihn gefunden hast. Ich bin überrascht. Ich und Hans haben ihn bekommen. Mein Gott. Du und Hans? Warte, ist all diese Dürfe... Ich habe nie vorher schon bug-huntergebracht. Ich habe ein bisschen geflogen. Ich meine, morgen ist der Feast von allen Spirits. Ich wollte dir etwas, was du möchtest. Ich habe überrascht, was du möchtest möchtest. Und das ist das, was ich endlich mitgebracht habe. Wow! Danke! Danke! Nicht das größte Romantische, aber es war gut für dich. Du bist in all diese Probleme für mich? Danke, Alicia. Ich bin froh, dass ich so schwer gesehen habe, aber... ich bin sogar glücklicher mit dem sentiment. Wirklich? Ja, danke. Um, willkommen? Sie sagen, wenn du ein Geschenk für den Mann, den du möchtest möchtest, wird alles gut gehen für dich. Ich hoffe, dass alles gut gehen für uns zwei. Ich... Hm? Ich... Ich... auch... Old Spirits früher mal so was wie Weihnachten war und die sich jetzt immer mehr in Richtung Valentinstag montiert. Habe ich das Gefühl. Falls jemand von euch einen besseren Eindruck davon hat, was das für ein Fest genau sein soll, schreibt es einfach in den Comments und belehrt mich in der Hinsicht, weil... äh... Mein Kopf macht hier gerade Überstunden und rotiert und... findet keinen besseren Lösungsansatz als dieses, äh... früher Weihnachten, jetzt... so ähnlich wie Valentinstag, äh... Dings. Gut. Egal. Chapter 11. Marbury Shore und wir gucken uns dann tomorrow, also morgen. Isara, ich denke, dass Rosy wirklich für dich hat geschrieben. Aber ich bin so wunderschönt, Herr Zack. Aber ich frage mich, ob eine Zukunft, in der wir alle gleiche sind, nur schmerzen werden. Nun, nicht auf mich aufhören. Bevor zu jemandem nimmt Zeit, Isara. Die Menschen einfach nicht verändern. Das heißt, nichts in diesem Weltkrieg nicht verändern. Ja, ich weiß. Selbst wenn langsam, sie... Ja, genau. Soll ich dich nicht aufhören. Sie hat einfach gearbeitet über die Operation Tomorrow. Tomorrow's Op? Oh, das ist richtig! Ich muss mit Welks sprechen über den Plan. Was Plan? Hast du eine Lösung für diese Arten? Wenn wir etwas, was ich entwickelt habe, kann es uns die Truppen geben geben. Aufhören? Ich werde mit Welks sprechen über das jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss? Hey, Isara! Und sie ist weg. Die beiden sind wirklich unsere Beziehung. Sie sind in etwas, und sie sind in ihrer eigenen Welt. Und die letzte Cut ziehen, bevor wir dann wirklich in die nächste Schlacht ziehen. Isaras Commitment. Hey, Boss. Wir, äh, haben wir ein Plan heute? Okay. Well, wir sind ja mit etwas, was ihr heute Morgen gekommen sind. Ich versuche es, dass Sie noch nicht hier sind, ist sie? Ich versuche für mich zu beobachten. Welks, es ist fertig. Du hast in Zeit gewonnen. Ja, diese Schmuck-Rounds sollte helfen, um unsere Futsoldier zu halten. Schmuck-Rounds? Ein neues Typ von Tank Cannon Rounds. Sie machen keine Schmuck, aber sie kreieren eine Schmuck-Skrippe. Wenn wir durch diese Schmuck-Rounds gehen, werden wir nicht mehr bewegen. Sie haben nur die Schmuck-Rounds gewonnen. Sie haben nur die jetzt gewonnen. Also, Sie haben nicht alle geblieben, die letzte Nacht, oder? Die 7 sind wie meine Familie. Alicia, Rosie, Largo, Mr. Zaka. Ich will nicht... Sie können niemanden sterben. Wenn diese Schmuck-Skrippe dich sogar ein wenigstens, wird es gut wert. Isara... Sie... Schön, Junge. Mit diesen Dingen werden wir praktisch nichtbekommen. Ja, diese Kampf hat einfach viel weniger gefährlich. Danke, Isara. Alles klar. Lass uns bereit sein. Squad 7! Der Kampf wird natürlich wieder in einer eigenen Episode stattfinden. Alleine schon, weil ich denke, dass der bestimmt wieder 30, 40 Minuten dauern wird. Ich hoffe natürlich nicht, aber... Nach dem letzten Kampf, äh, Fausen, bin ich immer noch so ein bisschen sehr negativ eingestimmt, was das angeht. Ansonsten, was hat diese Episode so besonders gemacht? Ganz simpel. Hans kam daran vor. Das kleine, äh, fliegende Schweinchen Hans. Jede Episode, wo er drin vorkommt, ist einfach nur eine gute Episode. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Denn, ich denke, äh, ihr wollt jetzt nicht weiterhören, wie ich über Hans sinniere. Sondern ihr wollt den Kampf sehen. Also bleibt dabei. Bis denn. Ja, das sorgt sehr und kam. �러, ich weiß nicht. Vielen Dank.